Eine große Frage, die wir natürlich noch mal kurz diskutieren müssen, ist, für wen ist es jetzt? Das müsst ihr wirklich noch mal rausstellen, weil wer sollte sich jetzt angesprochen werden? Also, nein, 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 es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage, denn diese Art von Diät passt überhaupt nicht für Menschen, die vielleicht nur noch drei Kilo abnehmen müssen. Da ist diese Radikalität, die da drin versteckt ist in dem Ganzen, führt dazu, dass man ganz schnell aufgibt, diese Art von Abnehmen. Das funktioniert nur, wenn du so viel Energie um die Hüfte gehängt hast, dass wenn du anfängst, drei Monate lang so zu essen, dass du immer genügend Energie als Bier sozusagen mit dir rumgetragen hast, dass du davon abnehmen kannst. Deswegen, also die Frage ist eigentlich ganz gut. Ich würde das nur Leuten empfehlen, die so beim BMI vielleicht über 28 sind und alles, was da drüber ist, sollte man nehmen.